Heute bin ich wieder mal auf dem Weg nach Eschlismatt, aber nicht zum Schulgehen, denn heute ist ein spezieller Tag. Heute findet nämlich Premiere statt zum Film, das wir mit dem Filmprojekt Eschlismatt gemacht haben. An diesem Projekt sind wir schon seit zwei Jahren dran. Das Projekt hat nämlich im Sommer 2017 und jetzt ist es bis im Sommer 2019 gegangen, bis das Projekt endlich fertig ist. Ich heisse Muriel Walther, ich bin 13, schon fast 14. Ich bin Katja Portman, ich komme aus Eschlismatt und bin 13. Ich bin Selan, ich bin 15. Meine Kolleginnen und ich sind am Anschlagbrett auf das aufmerksam geworden und haben uns dann mal gemeldet und es hat uns, also auch mich, begeistert und hat mir den Ärmel eingenommen. Es ist ein Projekt, wo man einen Film erschafft, von Grund auf von der Geschichte weg bis zum fertigen DVD eigentlich. Das macht mich in der Freizeit. Ich dreie mich wirklich vom Dreibuch schreiben, über den Film dreiein bis zur Premiere, die dann auch gezeigt wird. Man schreibt drei Buch, man dreieit Filme, man schaut Sponsoren und alles. Man hat so eine Verantwortung über den Film und so. Also einfach, dass wir das Jugendliche so von der siebten bis in die neunten Klasse machen. Bis jetzt habe ich einfach die Story geschrieben, also mit Selam und Katja. Ich bin auch eine von den Hauptdarstellerinnen. Ich schreibe das Dreibuch, auch noch organisiere Sachen und ich bin eine von den Hauptdarstellerinnen. Ich bin auch eine von den Vorstellerinnen. Das wird dann noch ein Mal. Und dann... Und drama. Und drama. Und drama. Das ist wirklich so sehr. Oh, ich bin so schön. Und drama. Und drama. Und drama. Und drama. Oh. 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 Weiss, Karten, bleib fertig. Das ist freundlich für den heutigen Tag. Also, hallo. Oh. 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 Hallo. Wie gesagt, haben wir nicht mehr zusammenklammert an, sondern ein bisschen wärmere Sachen. Ok, na gut. Die Hosen. Ich bin gerade nicht, aber wir sind ähmere Sachen an. Der Grund dafür ist, wir sind jetzt in Luzern. Und es ist Winter. Und wir drehen die Hörszenen an. Und du schaust nicht mehrmals. Oh. Oh. Ah, 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 ah. Ich Hin пост nicht. Hallo! Ja! Also, wir sind sehr auf die Götter. Ja. Ja. Ich bin schon mega gelöst. Die erste Filmpremiere ist schon durch. Und es sind recht viele Leute gekommen. Ja, es war fast froh. Ja, wir haben es nicht gedacht. Es ist mega warm. Und ich hoffe, am Abend kommen wir auch noch ein paar. Ja. Und ich hoffe, dass wir weniger aufgeregt sind. Aber wir haben wirklich sehr gute Feedback bekommen. Was uns sehr freut. Krass. Die ganze Arbeit hat sich gelohnt. Das ist super. Super. Es hat so viel Glück gehabt. Ja. Es war heiß. Ah, das ist mega schön. Ja. Es geht nicht mehr. Aber für die Premiere ist es mega gut. Besser als das Plakon. Aha. Ja. Tschüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü Bis zum nächsten Mal.